Das ist Thomas. Mehrmals im Monat hält er Vorträge vor einem großen Publikum. Er ist ein sehr guter Redner und die Leute zeigen sich nach jedem Vortrag begeistert. Er träumt davon, als Speaker berühmt zu werden und viel Geld zu verdienen. Um mit seinen Dienstleistungen Geld verdienen zu können, muss er irgendwie an die Kontaktdaten der Zuhörer gelangen. Dafür bittet er die Leute, während seiner Vorträge seine Website zu besuchen und sammelt fleißig Visitenkarten der Zuschauer ein, die am Ende seiner Vorträge auf ihn zukommen. Leider hat er damit keinen großen Erfolg. Die Leute vergessen auf dem Heimweg, dass sie seine Internetseite besuchen wollten und Thomas selbst fühlt sich unwohl dabei, am nächsten Tag die neuen Kontakte anzurufen, weshalb er es meistens direkt sein lässt. All das ist sehr zeitaufwendig und führt zu wenig Umsatz. Dann trifft Thomas Bernd. Bernd empfiehlt ihm Klicktipp. Thomas wird ebenfalls Klicktipp-Kunde, richtet sich dort seine eigene Handynummer ein und setzt im Marketing-Cockpit eine Follow-up-E-Mail-Serie auf, die seine Produkte automatisiert verkauft. Beim nächsten Vortrag bittet er die Teilnehmer, ihn für mehr kostenlose Informationen zu seinem Thema eine SMS mit ihrer E-Mail-Adresse zu schicken. Schon nach wenigen Sekunden gehen die ersten SMS ein. Am Ende seines Vortrags hat er von sage und schreibe 46% der Teilnehmer die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer erhalten. Klicktipp bedankt sich im Namen von Thomas per SMS und versendet per E-Mail vollautomatisiert hochwertige Informationen. Die Zuschauer sind begeistert und die Kaufrate ist überdurchschnittlich hoch. Durch die Mehrzahl an Zuschauern gelangt Thomas zu großem Ruhm und bekommt eine eigene Show. Möchten auch Sie lernen, wie Sie Ihr Marketing, Ihren Vertrieb und damit Ihr gesamtes Unternehmen automatisieren? Dann senden Sie uns eine SMS mit Ihrer besten E-Mail-Adresse an plus 49 177 178 93 78 und Ihre Freunde bei Klicktipp schicken Ihnen einen kostenlosen E-Mail-Marketing-Kurs, in dem Sie lernen, wie Sie mit weniger Aufwand viel mehr erreichen können. Klicktipp. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung.